Kann sich Phasmophobia noch mit uns angucken Mit Mila, Lucky, ich glaube Bomb war's auch dabei, aber dem muss ich kurz das Spiel holen, wenn er sich das nicht schon geholt hat Wenn, ich hoffe, dass mein Paypal hat funktioniert, bzw. Paypal von meiner Schwester Da muss der das noch kurz runterladen und dann geht's ab Ist warm Hoffentlich, sonst wird's nicht. Hast du eine gute Internetleitung, Bomber? Immerhin oben Eben und erdings geben Warte, hab ich dich? Ich hab dich bei Steam, ne, Bomber? Wie kann ich denn das jetzt kaufen für Als Geschenk? Wie kann ich denn das jetzt? Ach hier, in dem Warenkorb Als Geschenk kaufen Bomber, hier ist, Bomber, dein Steam-Profil ist nur aktuell, ne? Ich hab mit diesem CJ Bitte nach, Kingpin Weiter Vorname Kevin Broccoli Hm, mein Paypal-Account Ja, ja, bla Ja, bla Okay, du müsstest das haben Guck mal bitte, Bomber Hast du bekommen, super Lala, Lala, Lala Äh Äh Jodima, kurz Mute Nimm bisschen die Musik So Hast du bekommen? Wurst lange zum Lala, Lala Jo, warte mal, wo ist der Clip? Ich wollte mir den noch einziehen Riecht gut, richtig gut Oh, da muss ich gucken Okay, die steigen aus Der zieht mit einer Waffe Auf nen MPC Jo Jo Bro Wie er da reinhält Einfach nur Ja, ist halt nicht mit Oh, mein Gott Der Hund greift die Naune sogar an Hallo Mila Der schießt Oh, der hat den Hund erschossen Ey, guck hier Ich Oh mein So viel grad nur passiert Achso Ja, dann zeig ich ihn nach Okay Okay Ja, Bomfer lädt kurz runter Soll ich eine Runde schon mal kommen? Und Bomfer stellt dem kurz ein, dass der Push the Talk und so ein Shit hat Jo Warte, dann mach ich hier Ja Kurz organisieren, Moment Jo Du hast mir den Coach schon geschickt und Du 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 Ge Ja, Willkommen về Der Spiel Sonst sag Bescheid Giffy wird nachher mitspielen Der kickt doch nicht rein Ja doch tut der eh Der kickt immer Keine Kicker Guck mal so groß wie ich Größer als du Guck Nichts passiert Chat könnt ihr sehen Hallo Biodi hat auch wieder Sound Was geht ab Jetzt bekommen wir Phasmophobia Game ist auch geändert hoffentlich Kann einer mal checken bitte Weil der Bot ja nicht funktioniert Soll ich euch erzählen Was gerade noch abgegangen ist Nein nicht Spoiler Was Okay nicht Spoiler Doch bitte Spoiler nicht Spoiler Das war super gut Spoiler Ich wollte der Fahrer aufbitten Bist du abgehauen Aha Dann hat der Jagd der Penner Mich zum Junkie Park gefahren Und wollte mich knüppeln Ich hatte aber keine Handschellen an Mhm Und ich hatte mein Schlagring noch Und dann habe ich noch Aus dem Leben geklatscht Habe ich mich ein bisschen Über den lustig gemacht Habe eine Kippe geraucht Habe den in den Medic gerufen In der Hoffnung Dass der mich nicht verpetzen wird Dann bin ich über den Junkie Park Richtung Grove gerannt Dann kam Jamami entgegen Dann habe ich zu dem gesagt Jo dein Partner hat mich gehen lassen Der hat mich noch getadelt Dann bin ich abgehauen Dann haben die mich die ganze Zeit gesucht Dann habe ich mich in der Grove versteckt Habe erst auf dem Stuhl gesessen Mich ein bisschen im Gebüsch versteckt Dann bin ich da über die Straße gelaufen Dann kamen die angefangen Glaub ich mit zwei drei Autos Und der Nick der Idiot Steckt aus der Karre aus Und zieht mit der Waffe Auf einen MPC von der Grove Und dann haben die ganzen Grove MPCs Dann ist die Bullen zerschossen Oh wo Wir spielen Was spielen wir Es gibt gar keine Beta mehr Wir spielen nochmal Äh ja 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 Richtig Äh Alla Redi Das ist korrekt Ne wir warten doch noch Oder Ich dachte wir machen schon eine Runde Warten wir nicht noch auf den Runden Warten wir nicht noch auf den Runden Warten wir nicht noch auf den Runden Wie lange braucht der Oder wie lange braucht der noch Der braucht der noch Der braucht nicht so lange Das ist eigentlich gut Okay Dann waren wir noch zwei Und äh Ich höre mich sehr doppelt bei dir Milo Bin ich laut bei dir? Wie? Ich habe mich gerade selber gehört Und ich höre deinen Tasten Bäh Du bist bäh Geh Verschwinde Der Bomber muss nur noch schlagen und einstellen Übrigens ist das ein richtiger Schisshase ne? Und wir müssen ein bisschen eine Runde Dings machen für den Eine Testrunde Und denen erklären wie das geht Mit der Steuerung Ja wir schicken den alleine rein oder? Ja okay Ja okay Ja okay Abgemacht Was hast du denn da heute Mittag mit dem Dave gezockt? Das war Icarus Das ist doch auch cool ne? Das ist das neue Spiel von Dean Rocket Hall Der Daisy Macher Ja okay kannst du den tollen kloppen Nee Der hat schon Daisy gefickt Daisy Standalone hat ja mal einfach mitentwickelt Der Penner alter und dann ist der einfach der Team gelieft Naja Richtiger GTA Server Aber man wollte sich da trotzdem mal angucken Ja beim Dave im Stream hat das leider geleckt Das war nicht so flüssig Ja ich hab auch reingeschaut kurz Ich hab auch reingeschaut Nee Der Puma Was lag? Der Stream lag? Nein Doch ich hab 200 ausgelassene Frames Willkommen zurück Andi Willkommen Ach Andi Hallo Andi Digital Art Andi Den kenn ich Hallo Andi Digital Art Ich kenn ihn auch Ich kenn ihn Ich kenn ihn Ich kenn ihn auch Ich kenn ihn länger als du Nee Doch der macht Grafiken ne? Wow Der ist voll gut Der ist voll gut Der ist voll gut Bye Have a beautiful time Hallo Durchfallpumpa Hallo Durchfallpumpa Hallo Durchfallpumpa Wer bist denn das? Wer bist denn du? Jo Bitch Aber bist du? Gib den Kopf Nuss Fick mich Nein Oh Hast Pushed Talks? Ich hab Angst Du musst noch die Taste finden Bomfer wie du fungst Das musst du einstellen irgendwo Mhm Hallo Andi Digital Art Kurz nur hier alle Dude wieder Hallo Dennis Und Rupee Dankeschön für du Wies am 10. Und Chase Dankeschön für du Wies am 34. Da zumindest Ich hab umgelegt auf Lettaste Zock ich Battlefield? Ist das das Neue? Ist das dieses Open World Shooter Ding? Das dem Dings kommt Oktober Oktober kommt neue Battlefield? Wenn das dann zock ich das auf jeden Fall Jeder weiß das Ich bin absolute Aimlegende Mhm Ja Aber mit den Jungs Warum schreiß ich mir hier schon in die Hose? Ich hab jetzt schon ein bisschen Ich hab eigentlich schon mal mit dem Zimmer Ich bin gefährlich Ich bin im Schrank Bomfer schnell mal deine Funktage Pass auf Bomfer Um so Türen aufzumachen Die ist schon eingestellt Ne um so Türen aufzumachen Linke Also drangucken Linke Maustaste halten Und damit der Maustaste halten Und damit der Maustaste so Aufziehen Probier mal Ja genau Was anderes brauchst du eigentlich nicht wissen Probier mal Wir haben alle deinen Call of Duty einen gesehen Also ja Und tu mal du Lerne mit den Ballers Daraus eine Abkürzung heißt Stehen aufnehmen Mit F kannst du Sachen die so ein So ein Geister abbild quasi haben weißt du Kannst manche Sachen irgendwo hin platzieren Das siehst du dann auch Und die legst du mit F halt hin Und mit G schmeißt du Sachen generell weg Okay Lüge Und Bomfer Wenn ein Geist uns jagt hat Siehst du daran Wenn deine Taschenlampe zum Beispiel blinkt Aber die Dinger fangen nur an zu blinken Wenn du in der Nähe von dem Geist bist und der jagt Du musst bei der Jagd Also wenn der jagt okay Du musst alles was du in der Hand hast An Elektronik musst du ausmachen Sonst findet er dich Und dann bist du am Arsch Und das ist nicht lustig Machst du das aus? Mhm Mit Rechtsklick zum Beispiel Okay Mit T machst du die Taschenlampe an und aus Wenn du die nicht in der Hand hast Genau Dann hast du die Du hast die ja auf Schulter quasi Ja komm Geh mal direkt in deine Profi-Runde rein Du musst hier auf bereit klicken Äh echt? Ja klar Ja wir carry'n den doch Oh Okay Aber ich dachte wir schicken ihn zuerst rein Das ist das übrigens das Haus Wo man sich nirgends so drin verstecken kann Du hast mal die Taschenabelle daraus Keinen Schrank oder? Ja das machen wir gleich Los geht's Eigentlich können wir eine Wette starten Auf Bomfer sterben wird So Bomfer jetzt nimmst du erstmal hier eine Helmkamera in der Ecke Mit E Warum hört der sich so komisch an? Wer? Du? Du? Warum ich? Du hast dich grad so komisch angehört Du hast dich komisch angehört Ab Hier kannst du dir erstmal so eine Taschenlampe nehmen Geh rechts Kamera oder? Die kannst du aber auch mit Kuh oder mit Monstrat wegstecken Und dann kannst du T drücken dann hast du die andere auf der Schulter Ich hab ein Buch Ich hab ein Buch Wappli Und Kamera Ich hab eine Videokamera dabei Ja ja funktioniert Check check Geister 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 Ich geh in den Keller Oh hier hat irgendwas schon Geräusche gemacht Ich steh so Ich steh so Ich steh so Vor allem Keller Oh lass das benutzen Ja Warte ich muss ein Foto machen Warte ich muss Foto machen Ich war's noch Hier unten Ich schreib eigentlich Ja Halt dann ist ja auch so Wie macht man das denn nochmal an? Ich glaub eh oder so Ela wie macht man das an? oder ein Klicken drauf Entweder Wo bist du? master bedroom der erste master bedroom wie alt bist du er ist 83 jahre alt wo versteckst du dein geld was willst du was willst du wie halten ich weiß wie du hast du waffel hey lass mich nicht alleine du bist ein kinderzimmer der ist 83 und ein master bedroom ist das hier klar das andere ist viel mehr mit kinderspielzeug ja auch hier liegen auch teddies und so wer wird der bonfer will doch minus gerade wir haben minus gerade minus gerade wir haben minus gerade ja du musst drücken auf die letzte seite des buchs gehen und dann links minus gerade ein tippen und der bonfer redet mal kurz mit dem geist ich schließe mal eben kurz ein sagt was er will und so muss aber dunkelrotz sein im raum ne achso ok warte bist du hier hallo wie heißt du was möchtest du schaut was geht wird wie ist das denn passiert wie ist das denn passiert glaubte die falschen fragen gestellt aber wo ist ja ganz tot bompfer mf2 er schreibt ins buch der schreibt ins buch geschrieben hallo muss mal kamera aufstellen keine ahnung jauh der ist mega argo der typ wir haben wir haben wir haben gestrehtemperatur und buch und buch die kurze fix man es möchte ich machen und hört auf immer die türen zu alle aufmachen soll ich das hinschmeißen ja geschmeißt die am besten einer hier ich habe nur einst ne ach so ok ja dann das eine hier hin und das andere hier neben dem sensor wo ist lucky mit dem anderen kurze fix ja oh ich bin tot ich mache strom wieder an spaß lucky oh der hat vom kurze fix abgebissen okay das ist okay was du hörst du jetzt auch wenn du da reinkritzt fingerabdrücke ja und der stift bewegt sich er bewegt sich bei mir schon die ganze zeit wo ist ein lucky na klar dass er wieder draußen ist ich komme mit mir muss dich supporten und kamera ja das grüne licht ist neu haben wir haben wir eine dinge haben wir eine videokamera drinnen aufgestellt natürlich nicht ja aber bleib doch auf seine kopfkamera fall an das ist deine ach so er geht raus ok brauch mir ein foto von dem nö ne ähm nö nö dämon warte haben wir fingerabdrücke haben wir fingerabdrücke ja 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 wir haben fingerabdrücke haben wir alles fertig ja das wäre dann scheiß drauf komm auch jede aufgabe mhm ich hab die letzte aufgabe gemacht ich hab geräuchert stimmt ne ich hab geräuchert ich hab geräuchert gerade eben aber ich hab geräuchert du hast eh nix gemacht du hast eh nix gemacht warte mal warte mal stopp 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 äh wenn der bomb für uns hört du musst j drücken gefriertemperaturen geisterbuch und fingerabdrücker eintragen und dann auf den mond ja ganz hinten und dann unten den geist auswählen und unten den geist auswählen hoffentlich kriegt er das hin und nächstes mal steckst du die räucherstäbchen nicht einfach in die Nase nieder ich hab geräuchert sondern räucherst den geist aus du trodl ich hab geräuchert du trodl hast geh nix gemacht komm 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 warum schmeißt du mit mayo ganz schön salzig ne das ist so ich glaub wir können gehen der bombfahrt hat schon hinbekommen keine verluste easy peasy alter ja hau mit dem kopf in die wand du loser 210 dollar schmeckt der muss kühl und bomfahr hast du dich bisschen erschrocken yummy 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 ja ja ich hab erstmal gerade Kippe angemacht ich hab schon einen kreak zu schützen wollen wir asylum machen boah ne das ist so heftig ich mein wir können gleich ne runde zum abschluss eine machen aber die kleinen häuser erstmal zum trainieren für bomfahr hast du den dämonen eingetragen bomfahr ja ich hab den dämonen eingetragen ja ok ok dann auf ready ich hab schon wieder sachen hinzugefügt man kann auch wenn man hockt laufen rennen ne guck mal mach mal das sieht bestimmt voll dumm aus ok wir sprechen uns ab ok wir sprechen uns ab ein foto vom geil ist du? dorothy jones ich nehm normale taschenlampe und fingerabdruck ich nehm EMF und Parapolmikrofon und Taschenlampe ich nehm direkt ne kamera mit weil der lucky die wir da eh nicht aufstellt und ne ich nehm auch keine Taschenlampe mit ähh bomfahr kann nehm geisterbox geisterbox du kannst nehm du kannst nehm ein Kamera ein Cameroni ein Cameroni ähm und du kannst nehm und du kannst nehm ein Taschenlampe ein Taschenlampe und ein Kopfkamera und ein Kopfkamera alright wir haben Strom wo wo ist der Strom? öh 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 ok mach Strom um ok soo komm lass was hören von dir ich stell schon mal einfach mal die Kamera in den Flur mhm damit wir die hier haben ja das war jetzt unvorteilhaft es ist laut es ist laut hier oder hier da in allen Zeiten hier ist es laut hier oben hat einer für Dings Fingerabdrücke mit? äh ja hat einer EMF bei? ich nicht gib mir ein Zeichen stopp an das Monster oh fuck genug hehehe ah ja der ist hier was schlägt denn da aus? hier drin hier drin hier ist auch laut 16 Grad ja klick eben erstmal hier hin ich geh die Kamera holen klick dem Buch auf quit nehm nochmal klick dem Buch hier oben auf den Schleifzig dann läuft noch die Kommode sieht gemütlich aus schau wir mal die Türen oh hat er die Türen gegrabbelt mach mal ein Foto davon siehst du den Handabdruck? darf man Foto machen wir haben Fingerabdrücke Lucky komm nochmal kurz jetzt ja Scarepunters Update gekommen wir haben Fingerabdrücke hast du gehört? aha äh hat einer Kamera bei? ich glaub Bombe hat einer dabei mach mal in dem Zimmer bitte das Licht aus ausmachen Licht aus das kann weg äh Kamera mit Statistik hast du schon hingestellt? ja alright aber keine Orbs bisher und jetzt ist da das grüne Licht und wenn der Geist jetzt durch dieses grüne Licht läuft sieht man den es gibt doch Geister die man nur in der Videokamera sehen kann da habt ihr gesehen? da ist er gelaufen ganz kurz pass auf der ist im Raum drinnen ich hab den auf Kamera gesehen ja hast du auf Kamera äh mit den Dots Dingern gesehen? ja ja genau durch die Dots ok soll man das eintragen dann? ja 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 ähh Dots Projektor wir haben keine Orbs ok dann ist der Motherfucker dann ist der oben dann guck ich unten ob ich irgendwo hier den Knochen finde BMF schlägt aus ja äh ich hab das Board gefunden wo bist du? wo bist du? wo bist du? wo bist du? ab wo bist du? wo bist du? ab ab upstairs ok ok wie wixer seid alle wieder draußen oben ich hab nur was zu holen ich hab nur was zu holen ich bin da bist du hier? oh dreckiges Wasser hier unten glaub ich wer macht hier dreckiges Wasser bei mir oben letzter Raum ich geh mal kurz im Keller ich geh mal kurz im Keller oh komm ich nicht mehr raus bist du hier? geh mal kurz raus dann achten wir wo ich hätte die Kamera bist du hier? wo? du? wie alt ist denn? boah ok es ist Geisterbox Geisterbox es ist Geisterbox ja ja wir haben Phantom wo ist dreckiges Wasser? ja ja wo ist dreckiges Wasser? wo ist dreckiges Wasser? machst du Fotos? gehst doch gar keins hast du keine Fotos nach der Kamera ich hab noch 3 Fotos oben letzter Raum hier hinten hier hinten warte das dreckiges Wasser? ja ja hier hinten ein paar Specken hier hab ich hier hab ich habt ihr den Knochen gefunden? nee kann man nicht also ich hab mich grad erschreckt da liegt eine Frau unter dem Bett und dann hol ich nochmal Räucherstädchen glaub ich falls er doch ja dann bin ich nämlich auf der sicheren Seite oh bitch gib oh mein gott hab ich mich du ich hasse dich alter wolltest du ganz cool da reingehen und sagen yo bitch chill mal hab den Knochen gefunden ich hab den ich hab den hier hast du schon Foto vom Geist wir brauchen Foto vom Geist wir brauchen Foto vom Geist nein hab ich noch nicht und ich hab nur noch ein Bild wir haben mehrere Kameraden ne hier ist keine mehr doch nein ich hab da doch gerade eine ganz oben da die ist aber leer glaub ich ne die hab ich jetzt so drauf ne die hat 5 Bilder ich mach Bild vom Dings Geist wir brauchen noch ein Foto und unter 25% Geisteszustand da bin ich auf jeden Fall gut dabei wir haben das Board noch da unten geradeaus links lass mal das Board benutzen damit wir die Aufgabe haben dann hantet der auch und dann können wir wenn ich vielleicht erstmal das Foto vom Geist machen ja aber ohne wenn der nicht hantet haben wir auch kein Bild ja aber wenn er sich zeigt dann haben wir ein Bild wer spielt hier Musik wie alt bist du? er ist 57 Jahre alt was willst du? goodbye du bist ein Penner Hand jag mich doch jag mich doch du bist ein Penner fick dich Miller, Miller bist du? oh mein Gott Lauf Und was schon wieder tot Ok wir brauchen bild von dem ich möchte alleine reinkommen die hier hinten wohl irgendwie gespawnt weil ich habe mich hier verstellt und da kam schritte auf dem board hat die gesagt dass die absteht Ja die ist auf jeden fall absteht Gib uns ein zeichen Gib uns ein zeichen Wir brauchen ein foto Gib uns ein zeichen Wie heißt die denn nochmal Ja ich komme falls du dich verlesen tust Doraffy jones Doraffy jones Doraffy jones Beruhig dich Doraffy jones Doraffy jones Doraffy jones Die ist 58 Wie alt bist du Ich muss ihn aktivieren und fragen wie alt die ist Ich habe ihn ausgemacht Doraffy jones Doraffy jones Wie alt bist du Doraffy jones Doraffy jones Doraffy jones Ich höre sie Doraffy jones Look! komm schnell vielleicht kriegen wir ein foto wo sind ja unten naja die ist oben nur noch wir beide mila wir beide und vier bilder jetzt nur noch die meister geister jetzt entscheidet es sich wir brauchen ein bild wir brauchen ein bild ohne bild gehen wir nicht weg wir sind auf null die wird sofort handen die dorothy jones soll ich die provozieren das problem ist ich weiß wie wir können da oben gehen und ich provoziele und ich versuche ein bild zu knipsen das kommt ja nicht wirklich machen und versuchen dich so zu retten wir sprinten los sobald du das bild hast ja runter und dann verstecken wir uns können aber wo wir gerade waren ja du weißt wo die ist ne die kann halt auch immer woanders das ist mir letztens mit meiner schwester passiert dass die einfach warte warte komm du mal raus noch mal kurz ich bin in mir okay okay rein da wir haben keine angst wir brauchen ein bild von dir oh mein gott meine mutter fickt mich okay warte die kommt die ist rechts im raum ich seh die nicht die ist links oder die kommt jetzt oh mein gott fickt mein arsch ich bin sicher musste zweifel ich processes ich wir haben ich 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 habe kein plan 30 nicht weiß ich nicht sieht aber nicht so aus und ich habe nur drei bilder nein dann nimm du dann nimm du jetzt die kamera ich nehme räucherstäbchen okay ich versuche noch mal dann nimm du noch mal räucherstäbchen gibt kamera ich habe gesagt tut mir leid ich war in einer stresssituation wir müssen noch mal ganz kurz kurz die wieder von gott die ist so hässlich habe angst du zündest wieder wenn die kommt ne ich zünde wieder wenn die kommen sobald die kann wenn ich sie sehe ich zünde der rufi jones der rufi jones der rufi jones das hört sich an als wäre die rechts die ist rechts ja ne links links der rufi jones der rufi jones okay du musst den richtigen moment ja ja oh mein gut ich schaue es nicht oh mein gut ist so schwer alter wenn ich in stressigen situation sagt sage ja kollegas wo seid aber es geht kommen wir der himmel oder hölle der händler oder jenner weiss man doch nicht kommen hier das kreuz wie das am arsch etwas was du werfen kann es wieder bewerfen wie das am arsch oh mein gott hat mich komplett gebracht was sie durch wieder so sieht das aus dem grünen links oh mein gott bist du irre was machst du ist die Wie soll ich das machen? Das Ding ist, wenn die mich zieht. Aber wo ist die? Wenn die da spawnt, ne? Dann kann ich schnell ein Foto machen. Und dann vielleicht ganz schnell in den Schrank rennen. Ich weiß nicht, ob die schnell genug sein wird. Aber ich kann es versuchen. Shit, ich kann es versuchen. Aber jetzt verliere ich keine Szene. Ja, aber du bist gleich am Arsch wieder. Ich bin halt aus Versehen nicht mehr verrückt. Egal, ich hole das Ouija-Bot. Ich hole das Ouija-Bot. Mach mich verrückt. Oh nein, hol ich mir diese scheiß Foto. Ich hole mir diese scheiß Foto. Oh, hier bist du. Hier bin ich. So hübsch gewesen. Hilfe. Haha, du bist tot. Loser. Okay, Bitch. Du und ich. Wie alt bist du? Wo ist die? Hier oben. Wie alt bist du? Hier ist Bila. Wie alt bist du? Oh, Mila wird gleich so fertig gemacht. Ja auch. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Oh, oh. Die Spontier. Na? Ja. Oh mein Gott. Ich lasse mich verschieben. Du bist am Arsch. Ach komm, sie hat nicht mal die Türen aufgemacht. Wir sind so gefickt. Wir haben verloren. Wir haben alle verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, war das. Es war so schwer, die zu fotografieren, ne? Nice try. Holy schieß. Es war so schwer, Alter. Oh mein Gott. Es ist echt, es ist halt ein Phantom, ne? Hier, warte mal. Hier am Bumpf. Ihr dürft die Kameras nicht verschwinden. Es wird nur fotografiert, wenn wir irgendwas denkst. Weil, wenn wir mit drei Mann oder so sind, dann schafft ihr auf jeden Fall ein Foto. Aber nice try. Ihr habt mich halt noch gepackt. Alter, das ist... Ey, ihr macht Geräusche. Wir wissen, dass die Geistertüren aufmachen. Der Geist kommt zu mir. Mein scheiß herr. Vor allem Mila weiß das, Alter. Mila ist fast Level 700. Was weiß ich? Warte, welches Level müssen wir? Einer hat im Chat geschrieben, dass die die Türen aufmachen. Dann wissen wir. Ja, ja, klar, das weiß ich. Deswegen halte ich die Tür nochmal zu, aber... Aber warte mal, der hat ein Phantom, der, können wir den überhaupt fotografieren? Ein Phantom kann man trotzdem fotografieren. Ja, die Chance ist da. Es ist nur sehr, sehr, sehr schwer. Oh, mein Herz, Alter. Oh, alte Frau. Ich muss einkaufen. Muss ich einkaufen? Nee, ich habe gar nichts hinzugefügt. Gut. Ich habe halt auch nicht mehr so viel Geld. Ein bisschen habe ich hinzugefügt, ne? Ich habe Videokameras, Stative und Audiosensoren und Kerzen muss ich kaufen. Kaufen. Oh, mein Körper fühlt sich gerade saub an. Bei mir kribbelt alles. Warum, Paul, du kannst nicht mein erstes Bier getrunken, ne? Ich spendier mal wieder eine Runde. Ja? Ja, ja. Ich habe ihn zugefügt. Ich bin ein bisschen tiefer. Oh, mein Herz. Wir verlieren trotzdem das Equipment, weil wir tot sind. Und Madjunk, danke für den We-Sub im neunten Monat. Okay, wir haben Tanglewood Street House, Prison und Edgefield Street House. Nimm irgendeinen Street House. Nala, hör auf mich umzubringen. Nein! Nein, Nala! Wollen wir, du kannst deinen Charakter hier ändern, ne? Habe ich gerade gemacht. Und du bist weg. Weg bist du noch lange nicht? Sag mir erst, wie alt du bist. Ähm, Edgefield Street House ist... ...zehn. Nee... ...fünfzehn. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn. Okay. Aua. Wichsel. Ey, Müh, danke schön für deinen Prime for Shizzle. Danke schön. Von wem hast du Prime for Shizzle bekommen? Von Müh oder Muh. 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 Okay, ich nehm diesmal die Kamera. Und ihr nicht. Ich nehm wieder. Du. Und. Och, mein Herz hat sich immer noch nicht verrollt. Ich bin immer noch ein angespanntes Schein. Und ich nehm, ich nehm ihr elf mit, EMF. Und? Fingerabglocklich. Dona Martinez. Wir brauchen Salz. Und Fotos. Echt aber so klein. Ah, Shizzle. Entkommen während einer Jagd. Nein, Fox, danke schön für deinen Stufe. Eins für Shizzle. Ähm, was nehm ich denn nochmal, als ich ne Temperaturmacht? Oh, ne. Was soll ich noch mit mir? Oh, ne. Tarschen. Ähm, was hast du denn? Guck. Ich bin sofort zu Faschen. Yo, yo, what up? Ich hab direkt das Board gefunden. Was? Ich hab das Board gefunden. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Iiii. Main. 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 Main bathroom. Bedroom. Main bedroom. Wo ist der Knochen? DIN hab ich. Uh. Wir müssen ein Foto davon machen. Mal auf damit. Also hier. Toll. Ja gut. Ach, hast den aufgehoben schon. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein kleines Kind. Oh mein Gott. Oh hier. Oh hier. Oh hier. Ich hab Foto. Mein Gott. Der ist hier im Schrank gewesen. Hat aber keine Fingerabdrücke hinterlassen. Ich hab mich so erschreckt. Ich hab ein Foto. Ich mache gut. Ich hole dort, dort, dort. Ist das das richtig? Nein. Korbsen übertreibt nicht nur, weil du dein erstes Bier getrunken hast, Junge. Nimm das hier. Oh, oh. Ich bin schon wieder hier. Oh, was sieht denn nun mal aus? MF4. Das ist gut, da die im Eingang chillt. Ich leg dir hier oben so ein Buch auf den Tresen, ne? Ich wäre nicht verbunden. Ich komme gleich wieder. Die bunten Taschenlampe, die sind für Fingerabdrücke. Äh, was lasse ich denn hier? Foto? Wir haben Dots. Wir haben Dots. Wir haben Dots. Was für Dots? Dots Projector. Okay. Okay. Havi, danke schön für dein freien Verschiesung. Danke. Puh. Platz da. Angst tut auch nicht. Dann lege ich das da hin, okay? Ich denke, dass wir uns Badezimmer machen. Nein, MF4. Erst bei 5. Ähm. Hm. Mach mal das Licht im Flur aus. Ja, was ist das denn für eine Kamera? Keine Orbs, oder? Oh, oh, da ist er. Mila, pass auf, die sind... Oh mein Gott, oh mein Gott, pass auf. Die ist halt doch in dem Schlafzimmer. Yaki? Hm, ich glaube nicht. Nee, nee. Die rennt da im Flur rum. Wir haben keine Orbs. Haben wir schon... Nala, hör auf, mich zu töten. Nein. Die rennt hier im Flur rum. Komm rein in die Pumpe. Aber, äh, Dotz, das Dotz-Ding ist im Badezimmer. Hier. Ja. Hier läuft... Okay, MF5, MF5, MF5. Ja, okay. MF5 und Dotz. Wie ist es? Oh, real, ich dachte, sie kommt und tötet uns. MF5. Oh mein Gott. MF5? Ja. Dankeschön für deinen Prime for Shizzle. Ja, Matze mit Glanze, Dankeschön für deinen Prime for Shizzle. 15 Monat. Danke, Matze, ne? War nett, dass du bei mir immer zugeschaut hast. Dankeschön, Matze. Das grüne Leuchten zeigt quasi den Geist, wenn er da durchkommt. Ähm, was ist denn das hier? Ja, nehm mal mit. Oh ja. Ehm, MF5 und Dotz, oder? Genau. Was ist denn das hier, Alter? Das Haarspray? Achso, jo. Ich bin so dumm. Ich erschrecke mich einfach vor dem verfickten grünen Licht. Geh mal rein in das Hausbumpf, hab keine Angst. Oh, du haben wir und wir müssen Salz. Wer von euch hat noch Salz bei? Ja, verstreu das mal hier. Du musst halt so auf den Boden gucken und F drücken. Oder leg das hin, dann mach ich das. Ja, mach das schon. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Ne, was? Ich weiß gar nicht, ob ihr das vorhin gesehen habt. Ähm, aber ihr seht, ihr seht dann halt hier. Da weiß ich doch, macht's nicht mal nur Spaß. Ob wenn das bisschen im Herz wehtut, nur wenn mir ne Mädchen ist. Aber ich kann auch nach hinten klemmen, Chat. Kärpsen, lass doch mal in Ruhe. Hm. Fuck. Der Sound ist so leise. Kärpsen, danke schön für 10 gifte Zaps. Du musst aber trotzdem die Oma in Ruhe lassen. Da Redweed ist. Vielen lieben Dank. Und hör auf, rein zu Sub, nur weil du betrunken bist. Hallo? Okay, warum ist der tot? Warum ist Bomfer tot? Ich hab nichts mitbekommen. Ich hab da gar nicht mitbekommen. Warum bin ich so crazy? Und warum steht Bomfer immer zuerst? Warum kommen Sie den Geist, während er jagt? Mann, ich war doch verrückt und jetzt hab ich Pillen genommen. Ja, dann ist es eine gute Idee. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Warte, haben wir alle Beweise? Nein. Ähm, nee, uns fehlt noch ein Beweis. Wir haben einen Gespenst, Oni oder Goyo. Goyo kann es nicht sein. Also Gespenst oder... Ich hab's ein Dankeschön nochmal für 10 gifte Zaps, aber vielen lieben Dank wirklich. Aber hör bitte auf, wenn du blow bist. Morgen stehst du auf und denkst, das habe ich getan. Ich will ein paar lieber ein paar Dings und kommen Döne oder so. Dankeschön trotzdem. Mäh. Also ich denke mal Gespenst. Geisterbox wäre das dann. Ich gehe mit der Geisterbox rein, okay? Ich gehe eben kurz alleine mit der Geisterbox rein. Keine Einwände. Ich hab's nicht machen, wenn du blow bist. Spieltalk. Dankeschön, aber trotzdem. Nicht machen. Das fühlt sich echt nicht cooler. Und ich meine das ernst. Ja, das Ding nimmt meine Stimme nicht mehr wahr. Jemand von euch muss was machen. Ja, ich... Lucky, 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 du. Die nimmt unsere Stimme nicht wahr. Lucky, du musst ran. Mhm, klar. Du hast erst geschrieben. Nein, das nimmt meine Stimme wirklich nicht wahr. Da kommt gar kein Zeichen. Herbsen. Bitteschön. Können das auch Orbs noch sein? Ich sehe keinen. Ähm, nee, nee, nee. In welchem Raum ist die denn jetzt? Na, im Badezimmer oder nicht? Die Katze, hör bitte auf. Ich krieg hier einen Herzinfarkt. Warum springst du da hoch? Ich meine, die ganze Zeit haben Badezimmer, weil da zieht sich ja auch noch umlaufen. Nein, Allah. Also warum soll ich dir das nicht mehr sein? Mein Geister kann immer woanders bauen. Kann man sich so über eine Katze freuen. Alter, such dir mal eine Frau. Nee, Manns, Mann. Wir haben keine Orbs, Mann. Wie heißt der Mann? Der Önkel ist in der Bowie. Ja, wir haben lassen. Weil dann haben wir wenigstens schon mal die Aufgaben fertig. Und dann sollen die Schüsse sich später streiten, wer reingeht und fragt. Gehst du rein mit der Geisterbox? Geh rein mit der Geisterbox und frag. Wo ist die Geisterbox? Was soll ich fragen? Jo, ich hab keine Ahnung, wo die ist. Hier, im Track. Ja, dann sag das doch. Ja, ich sag doch hier. Ja, wo ist die Geisterbox? Willst du mich verraschen? Ey, ich hab dir dich hier hingeworfen. Mach doch deine Augen auf. Dann raus da jetzt. Was soll ich die fragen? Wann bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Ja, ja, die redet mit mir. Pack mich schön einmal aus. Wir haben gespenst. Geisterbox. Wie ich's mir schon gedacht habe. Doch, Alter. Oh, yeah. Hätte betrunken wirklich besseres zu tun, hat so viel Geld auszugehen. Für Köln ist ja auch Danke-Salti, ne? Äh, ich hab dich auch gern. Dankeschön nochmal, Körbsen. Betrunken um die Zeit ist aufwendiges Kochen, immer was. Bleh. Was gerade 160 Euro verballert, ist so, Körbsen. 160 sind halt. Aber der Körbsen halt, ich glaub, du hast 24 Stunden Zeit, um da zurückzuziehen. Das kann der Körbsen ja morgen machen. Wenn er auf seinem Suf erwacht. Was ist Feuzeig? Hallo, Feuzeig? Bin ich dumm? Habe ich's hingeworfen. Ich hole mir ein neues einfach. Irgendwie ist der Geist langweilig. Ist hier noch einer im Haus? Ja. Wo ist das Feuzeig? Liegt doch hier, Mann. Ja, hier, direkt vor dem Salzding. Ach, ach, da. Ah, okay. Ich glaub, man hat 24 Stunden Zeit. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Ach ja, es nimmt meine Stimme nicht mehr. Was denn? Ihr müsst fragen. Ja, manchmal spinnt er Spielsuche. Wie alt bist du? 21, glaubst du selber nicht, Alter. Oh, mein verficktes Arsch! Die muss jagen. Die muss anfangen zu jagen. Äh, wo bist du? Fahr weiter. Mein Gott. Jo, wer redet hier? Ich hab keine Ahnung. Das habe ich vorhin schon gehört. Und zwar auch draußen. Ja, was denn? Wie flüstert irgendwas? Close. Das ist die Box, die ist noch an. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Was? Versteh kein Wort. Wo bist du? Wo bist du? I'm behind you. I'm behind you. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich hab nur Gänsehaut. Ich trau mich nicht. Mein Sons. Ja. Das sind neun Sounds einfach. Ja, die Sounds sind ja richtig geil. Was kann man die noch fragen? Ähm. Was willst du? Wie alt bist du? Was ist deine Schuhgröße? Was willst du? Wie alt bist du? Was willst du? Sag der nicht mehr Kill? Eigentlich schon. Vielleicht weil du gerade quasi alleine warst? Jo, was willst du? Hat. Hat. Ich glaube, der hat Hack gesagt. Ich hab kein Gehör. Was willst du? Oder so? Was willst du? Hand. Der will jagen. Hand. Hand. Okay, dann jag. Dann komm her. Bitch, you and me. Du bist 1,20 und du siehst aus wie ein Kleinkampf. Kennst du Gyfi? Bist du Sub bei mir? Guckst du Twitch? Bist du Sub bei mir? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Was? Young. Oh, das ist ein junges Aiden, Alter. Young. Du klingst wie ein Affe. Du bist überhaupt gar nicht gruselig. Ich geh doch auch wie ein Affe. Wo bist du? Jo, das Board antwortet, ne? Ja. Wo bist du? Damit du das Board fachst. Wo bist du? Geh mal ein Stück zur Seite, Mila, bitte. Wo bist du? Geh mal aus dem Gesichtfeld. Ja, genau. Wo bist du? Nein, ich frag nicht das Board. Wo bist du? Jetzt noch mal. Äh, antwortet nicht mehr. Attack. Schächter. Attack. Vielleicht will Lucky da vorne noch stehen. Vielleicht gibt es Lucky noch mehr. Nein, nein, ging ja gerade auf. Wo bist du? Fahr. Weit weg. Wohin soll ich fahren? Ja. Ja, ich hab dich nicht gefragt, wie alt du bist. Was antwortest du mir auf meine blöde Sau, du alter? Ach, Demi-Yang. Ich hab Fotos gemacht, ne? Haben wir schon Knochen gefunden? Man, heizt's Maul. Keiner fragt dich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich komm gleich wieder. Haben wir... Ne, Bomfahrt den Knochen aufgehoben. Also werden wir den nicht mehr finden. Okay, alles klar. Jo. Jetzt mal rein in eine Pommes. Jetzt passt auf. So, meine Freunde, seid ihr ready? Donna Martinez, Donna Martinez, Donna Martinez, Donna Martinez, Donna Martinez, Donna Martinez. Donna Martinez. Donna Martinez. Oh, mein fucking Gott. Ich hab mich nicht erschrocken. Donna Martinez. Wie alt bist du? Donna Martinez. Sie ist dir grad gelaufen. Wie alt bist du? Donna Martinez. Gib uns ein Zeichen, zeig dich. Komm her. Donna Martinez. Oh, die will ja gar nicht handen. Du musst jagen. Warum jagst du nicht? Ja, warum nicht? Donna Martinez. Schmeckt der immer noch? Schau mal, wie der da hängt. Bam. Du bist bestimmt durchgehalten. Bam. 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 Donna Martinez. Welche Tür ist das die ganze Zeit? Ich weiß nicht. Das ist immer noch die hier. Die hab ich gerade zugemacht. Das ist hier halt bei mir. Ja, aber dann soll sie doch von da hinten kommen. Ich glaub, die kommt nicht, weil das hell ist. Schön am Abstand. Lass mal dunkel machen. Na klar kommen die auch, wenn's hell ist. Ach, du hast nur Angst im Dunkeln. Ich will sie einfach nur sehen. Wir haben die schon ein paar Mal gesehen. Ja, nein, aber ich will sie sehen, wenn sie hantet. Donna Martinez. Nein, weil, weil wegen, die muss mich sehen, hanten und dann muss ich räuchern, damit sie mich wieder verlieren. Oh mein, verwiegst du scheiße Arschloch. Das tut mir leid, wenn ich so was sag, Alter. Oh mein Gott, was hab ich da gesagt? Und die Tür schließt sich und ich dachte, nein, jetzt bin ich am Arsch. Oh, rein in eine Pommes, Alter. Keine Schwäche zeigen. Donna Martinez. Komm schon, komm her. Komm her, kleines Mädchen. Ich bin bereit für den Kampf. Du und ich. Ich und du. Bin aber ohne hier. Und Müllers Esel, das bist du. Donna Martinez. Boah, ey. Was war das denn, Alter? Mir hat das Auge gekotzt. Ja, ey. Donna Martinez. Was war das denn? Weiß nicht. Wo ist der denn jetzt? Donna Martinez. Mach die Tür nochmal zu. Donna Martinez. Vielleicht schon für mich gemeint, du Geist. Aber nicht anders sagen. Die kommt halt nicht, ne? Ich klau deinen Schlüssel. Donna Martinez, ich hab deinen Schlüssel geklaut. Ich scheiß in dein Kinderbett. Das Giffys. Donna Martinez, Donna Martinez. Okay, die kommt. Oder? Die täuscht nur an, Alter. Wie ist die Gefaker denn, Alter? Jetzt schon wieder geantwortet. Ja, ich geh auch mal kurz was gucken. Bleib du mal hier, Lucky. Wir sind alle low eigentlich, außer Lucky. Lucky ist so der Höchste. Ja, siehst du, deshalb kommt die auch nicht, wegen Lucky. Die hat Angst vor dem Maler. Ja, dann geh halt alleine rein, hast du jetzt davon. Bitch, du kommst weg. Yo, geh doch zurück in deinen Öko-Grotten. Motherfucker. Viel Spaß mit dem Geisterhaut, ihr Loser. Ja, aber ich will nicht. Mach mal das Licht jetzt hier aus. Oh Mann, muss das sein, was, wenn ich die da nicht sehe? Und dann ist sie auf 8 voll close. Und dann geh ich voll drauf. Das wär voll lame. Donner Martinez. Donner Martinez. Donner Martinez. Die ist echt langweilig. Was ist das Licht, August? Mann, ich will die sehen. Wenn die, die hat mich, die wird mich jagen. Weißt du? Weiß was, Bitch. Und ich will sie dann wenigstens. Was war doch für Content? Nein, du kommst mit rein. Ja, dann komm. Achso, ja, sorry, die Tür war zu. Donner Martinez. Äh, yo, jetzt geht's ab. Scheiße. Scheiße. Hallo? Ich hab's verkackt, ich hab aus dem Ding geworfen und nicht gezündet. Wo ist das Ding? Wo ist es? Und zimt mich, dankeschön, nur für ne Resort um 48 zu. Nee, die sind an. Überlesen. Dona Martina. Soll ich mir doch gezündet? Okay, ich muss noch mal holen. Ja, ich muss auch noch mal raus. Ah, ich hab damit vergessen. Das ist gar nicht. Ah, irgendwo war doch mein Ding hier. Was war das nochmal? Okay. Die will einfach nicht handen. Was ist denn hier los? Die hat doch gerade gehandelt. Die hat doch gehandelt. Jo, zum ersten Mal. Ich hab doch gesehen, wie du dich im Keller versteckt hast, anstatt vor dem Geist zu fliehen. Ach komm, halt deinen Schmutzmund. Okay, ich geh rein. Ich geh rein. Ja, ich komm mit. Ich geh rein jetzt. Ja? Ja. Ja, ich geh rein. Ich bin nicht so ne Pussy wie Lucky, der sein Ding da hinten klemmt. Ja, ich bin auch keine Pussy. Ich geh da rein. Ich geh da rein. Keine Schwäche zeigen, was wird passieren? Ich geh voll rein. Ja, was könnte passieren? Oh, ich muss noch mal zum Truck. Warte, was? Ja. Let's go. Dona Martinez. Dona Martinez. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Since das freshly geschafft ja sauber schnell weg hier ist martin ist meine hände sind so schwitzen hat haben wir denn gespenst ne dort mf und geisterbox ich habe eine kerze hingestellt und bomb war wieder tot ohne verluste geschafft aber der war nicht so agressiv das gefällt mir nicht so sehr hat der mother fucker die ganze zeit im bus hängt und er war noch harmlos es gibt richtig schlimme noch noch schlimmer ich muss einfach die buchse wechseln ich habe keine ahnung von daher muss ich nix wechseln muss nur den stuhl abwaschen er hat einen plastikbezug drüber ist alles ok er hat doch immer auf dem sofa drauf da habe ich sie fotografiert ich bin für noch eine runde das macht unheimlich viel schwarz ja eine runde würde ich nur machen machen wir noch eine runde los bis maraton gelaufen hat halbe jagd mit einer lunge mein herz ich spendier wieder eine runde alles gut ja ich kacke meine hände sind so am schwitzen ich bin gerade in die küche gelaufen und ich habe erstmal sämtliche türen gecheckt ja ich bin gerade alleine in der riesenwohnung ich kack mir ein weißt du warum hatte ich als kind immer angst hatte ich weiß auch nicht warum wenn ich einen fuß nicht unter der bettdecke hatte dann hat irgendein mother fucker mich am fuß zieht und aus dem bett zieht aus dem bett zieht ich weiß nicht warum ich habe einen spiegel gerade links von mir ich erschrecke mich die ganze zeit wenn ich nach links gucke und in den spiegel gucke kann aber auch sein dass ich einfach so hässlich bin das spiel macht bestimmt richtig viel bock wenn man auf lsd ist ich habe als kleines kind hatte ich immer das gefühl dass so eine hand auf meinen bauch drückt nachts als ich geschlagen habe ich bin voll geil das ist so weird eine runde noch ein schlüssel mit thomas harrys ich habe bewegungssensor ich nehme wieder kamera was ist das denn hier für ein moped kamera dann nehme ich das moped hier und wir schauen ganz hinten durch natürlich das wird ein spaß und buch haben wir wer hat emf ja ich habe emf wer hat geisterbox bompfer die habe ich i don't know i don't know i don't know what habe ich denn da kommt nämlich das ding warte kann ich das überhaupt mitnehmen oh kann ich gerne machst du strom lucky ja ja oh ich habe keine kamera dabei egal ja vr kriegste aber also der johnny hat mal vr gezockt der meinte der hat übel Kopfschmerzen bekommen we are online on the line on the haunt bye hallo du dir bekannt platzhalter dank schöpfel du weeser beim achten monat geko schmude nehmt euch ruhig den gepäckchen das wird jetzt hier nur die letzte runde ich sehe nix milan ne du musst mich führen ich habe keine taschenlampe ich glaube die tür hier ist gerade von alleine aufgegangen ja 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 mf ja mf auf 2 aber wo Küche oder oder Wohnzimmer ne Küche 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 Geist ist in der Küche Flieger auf dem wird es nicht da sein wie da entraten oder oder die die hier ist sicher Bist du? Hallo? Hm, hi. Anderboden. Ja, ich kann glaube ich vorher auch nichts haben. Wer hat die Kamera? Die steht im Flur. Mit Stativ. Wir brauchen Fotokamera. Habe ich? Er hat jetzt den neuen Bewegungsensor können. Wo braucht ihr mich? In der Küche. Hier, was kriegt denn? Ja, eine Tür. Hallöchen, hier in der Tür. Na klar. Da ist Handabdruck drin. Haben wir Fingerabdrücke. Äh, habt ihr gesehen, dass ein Geist durch die Dots gelaufen ist? Mh, mh. Doch, 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 doch. Okay, doch, okay, ja doch. Okay, dann haben wir Dots aber auch. Und Fingerabdrücke. Dots und Fingerabdrücke. Dots und Fingerabdrücke. Dots und Fingerabdrücke. Phantom Benchy Goyo. Goyo ist sie nicht. Das war eine Tür. Oh, ich glaube bei Case King habe ich die gekauft, Buddi. Übrigens unten die richtige verlinkt. Ich weiß das noch nicht. Also ich habe eine Ducky One. Jetzt rennt stückelische Bild noch von dem. Jungen habe ich mich erschrocken. Ich dachte auf einmal, der Geist redet 6. Ich weiß das Schalter als Mario Jungen. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Ja klar jetzt. Lucky geht wieder im Truck die Holzlose. Da ist er wieder gelaufen. Ja. Ich stelle einfach mal die Kamera hier hin. Wazulut. Da kann ich einen starken Schaden. Wieso? Ich will eine Runde mit. Lucky ist ein Tschüsser. Lucky ist ein Tschüsser. Okay, der ist auf jeden Fall durch den Bewegungssensor gelaufen. Oh, da war der wieder. Es geht ab, Grain. Guten Abend. Bye. Have a beautiful time. Und Neo, dankeschön für den Reset im dritten Monat. Vielen lieben Dank für den Support. Großartiges Buch. Jo, der läuft die ganze Zeit bei euch rum, ne? Haben wir schon ein Buch drin? Einer von euch muss über die Box mit dem Geist reden. Weil auf mich reagiert die wieder nicht. Bist du da, Geist? Hallo? Bist du da? Du dreckiger Bastard. Nein, mach dich! Bob, was ist am Arsch? Echt jetzt? Weiß ich nicht. Das Ding hat Musik gespielt. Nee, nein, nein, nein. Nein, nein. Der kriegt die Tür nicht auf. Er ist nicht am Arsch. Ah, Junge. Der hat gube Hund, Alter. Hat er mit dir geredet? Hat er hinter dir gehört? Ähm. Ich hab so schützige Hände. Ich hab gleich einen Stift in der Hose. Oh mein Gott. Wo ist die? Wo ist die? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf da rum. Hallo? Nicht reden. Pscht. Hallo? Nicht reden, pscht. Hallo? Jo, wir haben überlebt. Okay, einer von euch muss mit der Geisterbox reden, weil... Hallo, Charinato. Ja, wo ist die denn? Ich hab die, ich hab die, ich wollte sie dir grad geben. Gib mal. Ansonsten werfe ich dir noch eine draußen vor die Tür. Wo bist du? Wernsteine. Wo bist du? Wie alt bist du? Okay, der hat geredet, der Hurensohn. Jo, der klingt wie mein Opa. Wir haben wieder ein Phantom. Ach so, die hat mich nicht gesehen. Ja, die musste ich sehen. Sehen, sehen, sehen. Oh mein Gott. Da müssen wir immer alle rein. Alter. Oh, ist rein in die Pommes, Luki. Keine Angst, keine Schwäche zu sein. Ey, der hat grad die Tür bei mir aufgemacht und war im Raum, ne? Jo, der hat mich grad am Arsch gepackt. Woll ich rum? Ich hab dir gerade gekippt. Woll ich rum? Ich komm aus dem Ghetto, ich hab keine Angst. Wenn die wüssten. Ich kann's halt rum holen, Box. Guck mal, wie der heißt, der Geist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komm aus. Ich komm aus. Irgendeiner ist tot. Ja, Bombenfach? Ich bin noch da. Luki ist tot. Oh, Luki. Den Schisshazard erwischt. Der hat die Tür nicht zugemacht. Der bist du? Ich bin's. Ach so. Ah, hier ist Luki. Jau, Luki ist am Arsch. Anscheinend. Was ist A? Jau, cooles Versteck, Luki. Sehr cool. Echt, äh. Hat auch keine Löcher, die Wand. Sieht man dich nicht durch. Ist sehr gut gewählt. Profi. Absoluter Profi. Wärst du beim Truck geblieben. Bitch. Und warte, bis er harmlos ist. Und dann gehe ich nämlich genau dahin, wo ich gerade aufsach. Das war ein richtig gutes Versteck. Hab ich da alles offen hin. Jetzt ist barrierefrei. Stimmt, wenn man die Augen zu... Da hab ich als Kind immer gedacht. Immer mit Augen zu, dumm. Ja, ja. Ähm, bei mir ist alles super. Ich stream, ähm, seit letzter Woche. Lack, mit wem redest du? Mit Marco Polo. Ja, los, guys. Komm mal. I'm ready. Wie tönig. Mach die Tür auf. Warte mal, ich glaube aber, wir haben es geschafft. Mann, der war hinter mir. Ich glaube schon. Nee, haben wir nicht. Fuck. Ich kann nicht jagen lassen. Und das wird nicht. Ich werde nicht. Ja, das... Ja, das kannst du prima machen. Grüß, grüß, wenn du möchtest. Oh mein Gott. Was war das? Kannst du mich auch... Warum stehst du denn hier? Ja, weil ich warte... Umfrau, wenn du einen Truck bist, guck mal, wie der Geist reist. Der kommt... Und dann sieht der mit mir nicht. Ich bin in sicherer Entfernung. Wir stecken uns nicht gegenseitig an. Und ich kann wegrennen. Jo. Ich... Oh mein Pfaff, ich... Oh mein... Engel. Ich bin. Hallo? Hallo? Bist du ein Track-Bomfer? Ja, ich bin da. Wusste ich, wo sie wieder heißt. Guck mal die Aufgaben an der Tafel, ob die erledigt ist. Äh, ja. Eine von euch wurde gesehen. Ach, sauber, Alter. Weg hier. Ja, gut. Siehst du, ich weiß, was ich tue. Ich weiß, was ich tue. Alter, eine Klappe, sonst wirf ich dir meine scheiß Taschenladen in den Kopf. Hab ich gerade Taschenlampe oder Taschenschlampe gesagt? Weiß nicht. Okay. Bomfer hat überlebt, ohne Verluste. BOMFER! Yeah, Bomfer! Was haben wir denn? Phantom. Oh mein Gott. We did it. Ich kann nicht mehr, ne? Ehrlich nicht. We did it. Ich werde mich gleich einfach ins Bett legen und Daumen im Mund nehmen. Ich mach mir eine Wärmflasche. Okay, können wir los? Habt ihr eingetragen von Tod? Wart mal, wir sind eins, zwei und drei. Wir sind hierher gekommen. Ohne Verluste haben wir irgendwann vergessen. Ohne Verluste. Ach Quatsch. Wir haben keinen vergessen. High five! Keine Verluste. Guck los! Ich hab irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen hab. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Lucky's raus. Okay, dann hatten wir wirklich Kämpferlust. Bis gleich. Ah, das hat fast gemein. Verlustig. Jo. Das macht echt Spock, Alter. Ich glaub, Lucky's sauer. Chat ist auch müde. Perfekte Zeit, um ins Haar-Bett zu gehen. Oh, mich ist so warm. Erstmal abduschen gehen. Und Gillo, vielen lieben Dank für den We-Sub im 32. Monat noch. Ja, hat mir jetzt auch Spaß gemacht. RP war heute nice. Fast mal war gut. So kann man doch ruhig schlafen gehen. Um halb zwei. Da sind sie. Warum laufen sie auf meinem Handy? I don't know. I don't know. Wer seid da noch da? Kurz ein Aktivitäts-Check. Oh, was ist das für ein Track, Alter? Ja. War gut. Vielleicht irgendwann mal mit dem Timmer. Womper ist auf jeden Fall ein Kandidat, der öfter dabei sein kann und so viel Angst, wie der hat. Erstmal sacken lassen. Hallo, Mila. Bist du nur live, Mila? Hallo, Mila. Hast du Schiss gesagt? Ich sag jetzt auch Schiss. Chat, vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte mega viel Spaß. Ich denke mal, die anderen auch. Ich hoffe, ihr auch. Bleibt alle gesund. Lasst euch nicht anquatschen und wir sehen uns nachher ab 19. Lasst uns schlafen. Kuss auf dem Auge. Ja, ja. Ihr könnt jetzt schlafen gehen. Okay. Hey, vervoll Druck im Hintern. Kann nicht pennen. Riesendank für den schönen Abend. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Und Körbsten, du geh dich mal auskotzen und geh mal pennen in deinem Alkoholsuff, Junge. Mein Gott. Ja, der kann ja morgen zurückziehen, wenn er... Chat. Gute Nacht. War gerade Klo, war einfach verstopft. Egal, kotzt in der Spüle. Dann drückst du mit dem Finger in das Loch und... Egal. Bye, Chat. Wunderschöne gute Nacht und vielen lieben Dank nochmal. Bleibt alle gesund, ja. Bleibt alle gesund. Bye, 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 bye. Lasst den Track noch auslaufen. Tschüss und gute Nacht. Ciao, gut. Ich habe Kranken und Favor demokrat Ker in das Loch. Bege kurz vor dem defenderstellen. Untertitelung des ZDF, 2020